Hi! Bevor man an dieser elektrotechnischen Anlage arbeitet, muss man die fünf Sicherheitsregeln beachten. Als erstes freischalten. Als zweites gegen wieder einschalten sichern. Als drittes Spannungsfrei feststellen. Auf die vierte Sicherheitsregel, Erden und Kurzschießen, können wir in diesem Fall verzichten, da diese erst bei Anlagen ab 1000 Volt angewendet werden muss. Auf die fünfte Sicherheitsregel, benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken, können wir in diesem Fall auch verzichten, da wir keine unisolierten aktiven Teile in der Verteilung haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017